20, 20, 60. Wow, 40. Hol' ich mal raus, ich brauch Platz da drin. Geht immer noch? Ja. Ich bin immer noch Lars und geb schon wieder Gas. Sag's. Nein, ich sag's nicht. Da ist der Tobi Sippel an. Und wir ziehen euch heute an den Nippel. Wir spielen jetzt. Ich bin der Tobi Sippel und ich treffe jetzt das Triple. Boah, das hat lange gedauert. Ich muss anfangen. Wow, mit Sound. Was kostet die App? 19, 19, 19, 19, 3. Soll ich die rausholen? Ja. 5, 5. 5, 5. 14, 20. Was haben wir denn noch? Also 60, Dribbel 20 ist vorbei, ne? Nein. 13. 50, 47. Drei oder drei? Drei, ja. 44. 15, 15 auf Hochdeutsch. 29. Was hast du bei mir? 71, ja? Jetzt. Ja. Jetzt machen wir noch. 20. Oh. 9. Neun. 20. Was machen wir noch? 12. 11. 11. Eine 50. 30. 17. Oh. 17. Haben wir noch im Angebot? 29. 29. Nein. 8. 29. 10. 10. 10. 11. Nein. No score. Drüber. 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 Was hatte ich? Äh. 17. 51 minus 17. 34. Ja. Okay. Ich dachte. 34. Doppel 17. Oh. Drei. Kacke. Die 1. 21. Oh. Die 18. Wie viel bin ich in Nummer? 13. Was war das? 41, gell? Du standst bei 29. Also muss er jetzt wieder von der 1, 2 runter. Ja. Ja. 29. Oh. 16. 16. 16. Ja. 13. Wo ist das gute Stück? Okay. 1, 0. Kann ich direkt anfangen? Ja. 101 wieder, gell? Ja. 20. 20. 20. Oh, 60. 60. 60. Wow. Ohne 40. Hol ich mal raus. Ich brauche Platz da drin. Oh. Nein, ich arsch doch. Ja. 38. 38. Ohne 60. 63. 41 sicherlich, gell? Ja. Ja. Doppel 5. 31. 30. 30. 20. 20. No score. Nein. Doppel 20. Du warst bei 63. 60. 59. Und? 21. 17. 17. 42. Ich bin immer noch bei 41, ja? Ja. Fertig besser. Okay. 0. 5. 25. 25. Jetzt haben wir jetzt 16. Ich habe schon wieder vergessen. Du hast 32. Ah, ne. Ne. 42. Ja. Und ich habe 16. Steht 9. Sind? Was hast du geschrieben? 42. Oh, äh, 33. 30. Oh, 8. Dann wird 20 was. Noch 8. Warte. No score. Nein. Ich muss 16, gell? Ja. Ja. Und jetzt wer den höheren Pfeil wirft aus? Wer näher mit seinen drei Pfeilen am Bull ist? Oh, wer den nächsten am Bull hat. Nacheinander? Ja. Also immer ich ein, du ein? Ja. Okay. Oh, das ist schon gut. Oh, das ist schon gut. Oh, nein. Und der Winner ist... Glückwunsch auf, jetzt. Bis zum nächsten Mal.